Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ja, Growing Shark war das letzte Level. Leider sind wir ganz knapp an Silber gescheitert. Jetzt geht's hier weiter. So, und nochmal von... Nein, nochmal von vorne. Wir wollen hier nicht mit Handicap starten. Meine Fresse. So. So, gerade hier die erste Stufe ist wichtig, damit wir schnell an die Fische rankommen. An die, äh... An die Dinger, an die Flugdinger. So, geht doch. So, lecker, lecker. Kom. Kom. Ich wollte gerade sagen, mit seiner komischen Linie, die er eingeschlagen hat, hat er sich ganz schön verraten, dass er jetzt auch angreifbar ist. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier auf beiden Seiten immer die wegmachen. Jeden können wir nicht retten, aber... Na, retten ist auch gut. Ich glaube, den... Pinguin ist es schnurz, von wem sie gefressen werden. Hauptsache, sie werden es nicht. Aber bei uns haben sie definitiv den schnelleren Tod. Gut. 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 So, Blutbad hier. Ich hoffe, das lockt keine Haie an. Lustig. So, da haben wir jetzt gerade ein bisschen Zeit verloren. Ja, lecker, lecker, lecker. Und es wird noch besser. Hm. Das lohnt sich. Ah, das ist jetzt blöd. Ah, das ist gut, dass wir direkt hier mitnehmen können. Ja, 3,35, 45. Ah, ich weiß jetzt nicht, wo die Grenze ist. Ah, neun Sekunden an den drei Sternen vorbei, aber wir lassen das mal gut sein. Ja, weiter geht's. Vorletztes Level. Whale Mountain. 40. Ähm, es geht ab. Whale Mountain. Jetzt macht der auch richtig Sinn. Ach so, wir können auch anhalten, richtig? Sagt das doch jemand? Hm. 41. Na gut, aber das sollte ja relativ schnell zu machen sein. So, unser Ziel ist es hier, alle Helikopter zu bekommen. Na ja, alle geht nicht, das ist dann wieder zu viel, aber sagen wir mal so, die meisten wären nicht schlecht. Aber das war eben auch schon nicht so schlecht. Ja, nein, oh mein Gott, dreihundertstel. Im Ernst jetzt? Das gibt's doch nicht. Leck mich doch am Arsch. Ah. Ah. Shit. Ja, das war, das war jetzt auch blöd. Da waren wir irgendwie, die haben ja viel zu lange gebraucht, bis sie bei uns waren. So, bis hierhin alles gut. Den einen, den können wir verkraften. Alle kann man auch, glaube ich, gar nicht so richtig kriegen. Hier haben wir jetzt immerhin mal drei. Hier zwei. Das sind schon mal jeweils einer mehr als eben. Ja, das war vernünftig. Boah, eine halbe Sekunde hatten wir auch nur. Ich dachte, wir wären jetzt schneller. Na gut. Aber ist egal. Reicht. Und ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Ich schreibe mir immer mal ganz kurz den Titel auf. Ein Berg voller Wale. So, dann. Tale of a Shark. Na gut, dass das nicht lange dauert. Leck mich am Arsch, ey. Da hab ich Bock drauf. Geil, ey. Hab ich da Lust drauf. Ich glaub mal nicht, dass ich das häufiger mach. Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger, ne? Ihr habt gesehen. Die Zeiten hier für drei Sterne sind bei 13,45. Das heißt, schneller wird's nicht gehen. Länger wahrscheinlich schon. Aber wie gesagt, bei so langen Leveln, da muss ich jetzt auch nicht 18 Mal um drei Sterne fahren. Das tut auch nicht Not. Machen wir einmal und dann ist gut. Haben wir auch noch was anderes vor. So, die kann man so scheiße sehen. Also man kann sie schon gut sehen, aber es wär schöner, wenn man sie besser sehen könnte noch. So, und wir lassen uns, also wir sind ganz relaxed. Auch wenn's nicht so aussieht, aber wenn's jetzt länger dauert, ist es nicht so schlimm. Also ich muss hier jetzt nicht alle drei Sterne schaffen. Wenn schon, dann ist es schön. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, wenn wir eine Sekunde länger brauchen als drei Sterne. Und ich dann das Bedürfnis hätte, noch mal das zu machen. Aber ich glaube, das versuche ich dann zu unterbinden. So, und wir sind schon fast 500 Mikrometer groß. Am schönsten ist natürlich, wenn man wirklich alles fressen kann, was gerade da rumfleucht. Ah, Uhrzeitkrebse. Oh, Uhrzeitkrebse. Ist ausgerechnet der Wal, äh, der Hai, als Nano anfängt. Shit. 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 So, jetzt dürfen wir auch die Großen. Jetzt haben wir ja die hier wieder. Shit. Shit. ude. Shit. 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 der bitte? Da! So, yummy. Zooplankton. Krill. Und das andere müssten eigentlich Garnelen sein, ne? Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber von der Größe her wird das ja ungefähr hinkommen. Weitestgehend. So. 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 Ah, ihr Schweine. Nie wieder werde ich vor euch Angst haben. Oh Gott. So, sagt doch was, Pinguine, dass ich euch fressen kann. Brauche ich da nicht so viel Zeit mit den Pinguinen verschwenden. Äh, mit dem Vögel, Entschuldigung. Ah, das war das. Soll heißen, gleich gibt es lecker Eisbärenbabys zum Fressen. Freue mich jetzt schon drauf. So, jetzt geht alles. Quasi alles. Oh, die gehen noch nicht, die Hubschrauber. Ach, das war der Scheiß hier jetzt. Ach, ich hätte den ja gerne weggeschnappt. Nein, ich will nicht teilen. Was soll das? Ich will nicht teilen mit euch. Ja, genau. Jetzt ist nämlich Action angesagt hier. Genau. Ja. Das war's für heute. Ja, gut, dass das Level nicht lange ist, ne, sag ich nur mal so. So, jetzt gehen aber auch die Flugzeuge und die wollen wir jetzt auch haben. Verdammt. Okay, nicht so schlimm. Oh, nicht der Scheiß. Ich hab's verdrängt. Jetzt sind die Flugzeuge noch wichtiger. Und ich seh schon. Naja, gut, nee, wie sollten wir dann auch gegen alle, inklusive High, kämpfen, wenn wir dann nichts mehr haben? Es wird kein Ende geben mit so einem Prinzip. Ha, da bin ich aber ausgetrickst. Ach, das war doof. Nein, ich wollte die Ölplattform. Aha. Das dauert zu lange hier. Also hätten wir jetzt, wären wir noch auf Goldkurs, dann wären wir spätestens jetzt nicht mehr. So, ihr Pena. Unersättlich Es gibt noch viel zu holen Mädchen, wir sind erst bei 13 Minuten Na, das geht ja Was ist das? Earthcrust Ja, sicher Na klar Ja, richtig Was bitte? Den Erdmantel Ja, klar, essen wir Immer her damit Damit wir hier gesundes Wachstum haben Aber wie geil ist das denn? Das ist richtig cool Das ist cool 200 Kilometer groß Ja, komm Wir bohren uns die Richtung Mitte Ja, 1,2 Megameter Was sind denn Megameter? Ne, oder? Also wenn man denkt Man hätte das eine Level geschafft Dann geht es ja noch 75.000 Jahre lang weiter Also, unser Hai hat es auf Ins Weltall geschafft Dann haben wir Pinguine Die hier auf Schollen sind Nanoshark ate too much Also der Nanoshark hat zu viel gegessen It should have stopped eating when we flipped the failsafe switch Ja, hat wohl nicht geschafft Geklappt Why didn't the failsafe work? Also das ist so eine Notbremse in Anführungszeichen Die nicht geht Weil wir Schlauberger hier dieses Seil durchgebissen haben Ja, Executive Producer James Sawyer Producer Chris Sawyer Also herzlichen Dank für dieses wirklich lustige Spiel Also mir hat es wirklich gut gefallen Ich hoffe euch auch Und Ja, ich guck gerade mal War das wirklich schon alles? Bonus Level Unlocked Access from the Level Select Screen Oh, Mensch Wir haben sogar zwei Sterne hier Sehr schön So So, ja, ja Das reicht Bonus Level Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, Leute Wir arbeiten die natürlich noch durch Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid Hier bei Let's Play Tasty Blue Bis dann Bis dann Und ich trage euch noch mal drauf Und ich versuche mich zu hier bei Let's Play Tasty Blue